Ah, was ein wunderschöner Fernseh-Tag. Oh, meine Leute sind hier wieder da! Hi Leute! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen auf The Coin Game und wir gehen heute noch mal in die Mall. Ihr wisst ja, es spielt ja sehr oft The Coin Game. Wisst ihr eigentlich? Warum sag ich das eigentlich? Na ja, abonniert meinen Kanal. Lasst einen Like, da teilt ihr mich auf meine Ohren. Zumindest wenn ihr unterwegs seid. Wir gucken da gerade Wetter. Okay, was steht da? Light Moon Harry Extreme. Okay, ein paar Wolken. Aber ich glaub das ist doch nicht. Das ist doch gut. Dann machen wir den Fernseher heute aus. Denn wir wollen los. Ich muss mein Jeep mal tanken. Ich muss das Ding am Wolfgang mal tanken gehen. Weil das ist leer. Da war ich auf der letzten so viel richtig rum. Ich hab damit richtig viel rumgefahren. What the heck? Hä? 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 Leute? Hallo? Das ist doch schief gelaufen. So jetzt aber. Jetzt fahren wir Richtung Raum und dann gönnen wir uns etwas Leckeres zum Weißen. Wir fahren direkt durch. Hier. Es wird doch nicht lange dauern. Denn ich hab noch so viel Zeit gerade. Ich hab da gleich noch was richtiges zu tun. Aber ich denke, wir gehen bis zum Morgen. Werden wir es schaffen. Man tankt mich dann doch nicht. Na, tankt doch, doch. Tankt reicht noch. Für diese kleine kurze Strecke. Aber ich muss danach noch im Moment nachher in Kontakt zu gehen, bevor wir dann wieder den Lenker zu fahren. Und ja. Und die Gäste. Schreibt mal. Wie geht's? Wie steht's? Wie steht's? Wie steht's? Das macht ihr jetzt am Wochenende? Wie glaube ich. Da war eine Schule Woche. Heute ist ja der wunderbare Freitag. Genau, hab eingeparkt. Denn wie ihr wisst, gibt's ja hier ein Kino seit äh letzten, vorletzten. Komm seit ich hab die Zahras glaube ich gibt es ja hier ein Kino. Und kann auch was rauskommt. Es gibt es jetzt so eine riesen maul und da hab ich jetzt auch von gibt's auch jetzt ein Kino. Und ich bin gespannt, ob wir das Neues machen. Genau, das ist hier die Halle. Hier kannst du so Sachen kaufen und so. Hier kannst du, äh, ja, Geld spenden und sowas. Hier kommt vielleicht, glaube ich, noch was hin. Hier irgendeine Schmuggler, keine Ahnung, da hinten ein paar Essen-Läden. Da hast du eine Arcade. Hier kennen wir aber schon kurz, dass ich spiele außer Distanz. Müsste ich mal einen meiner Videos mal gespielt haben. Jetzt spielen wir es doch noch mal kurz, wenn ihr es wollt. Damit wir kurz noch mal das Spiel spielen können. Damit wir kurz das hier spielen können. Dieses Spiel ist total cool. Und easy. Denkt mal, aber jetzt könnt ihr auch, seht ihr, dann schon fällt es runter. Adi doch, soll es ihr auch schicken. Boah, das ist auch so leicht, aber egal. Jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert. Für die Zukunft. Die resten Spiele kennt ihr ja. Hier kommt anscheinend bald neue Spiele hin. Keine Ahnung wann. Dann haben wir wahrscheinlich einen neuen Update. Hier gibt es so einen Candy Shop, ein Stickerboard, dann hier irgendwas Altes. Noch von Weihnachten. Weihnachten ist ja schon ein bisschen vorbei, ne? Hier kommt wahrscheinlich noch ein Geschäft hin. Da geht es zu den Toiletten. Und eine Bahn, wo nicht erstmal David auch denkt, noch was reinkommen. Aber wir gehen erstmal ins Cinema. Und ihr habt Bock auf. 2,50 Euro kostet den Dollar. Das ist ja billig, ne? Oh, ne? Woher nehmen wir noch keine Popcorn? danke schön leute was was darf zum popcorn snake nicht fehlen nachos nachos käse nachos popcorn was darf man hier nicht fehlen schreibt man jetzt in die kommentare und welche plätze sind die besten leute welche plätze sind die besten die forderung oder die hinteren schreibt man die kommentare was in eure lieblingssätze und welche sind die besten hallo startet der film okay hallo was geht los ich bin gespannt was der film wird jerry's gas and milk lotto snacks soda scratch ops jeepest fuel in town oh jerry's a little shy batteries jerky lotto snacks vitamin d milk jerry's outback jerky on sale today zap lithium batteries in start now jerry's gas grab something and give genau oder gibt es sogar getränke lol was kommt jetzt ach das ist was nervt euch am meisten beim kino diese werbung ne seid mir eigentlich diese wer werben bei den kinos sind seid ehrlich das ist das nervigste oder denn seid mir wirklich ehrlich ich hab immer gehasst diese werbung ich hab immer diese werbung du hast gehasst alter enjoy the show ich hab immer gehasst vorArhh ich habe hier film ne also schreibt man jetzt beste film deutschlands die kommentare habe ich habe ich habe ich vorliegen jetzt sehr viel geld ausgegeben dafür war das teuer das ist ja kein popcorn drin naja kein helles popcorn wir werden vielleicht noch mal kurz in die halle gehen und dann denke ich werden noch haben dass die leute kappen lasst es noch mal machen weil es hat spaß gemacht weil ich kannst du echt leicht tickets gewinnen das war nix oder doch ich will es noch mal wenn wir das die ganze spiel würden hätte man so viele tickets weiter kreisien wo jetzt aber jetzt aber jetzt hat er wohl nein ich darf noch mal was ist das ist das verarsche wo wir haben wir haben vor ein paar tagen so schöne paint geld gegessen leute mal eine ganz kurze frage was macht ihr mögt ihr so kokosnussöl zu euren oder ich habe zum letzten pädchen mit kokosnuss immer gemacht mal was ganz neues und hat einfach richtig gut geschmeckt folgen des kokos ich wusste nicht dass kokos so lecker schmeckt ja fast fast ey das haben wir einfach schon dinge ja komm bitte holt es jetzt einfach darunter sorry das kann nicht so schwer sein ich gucke trotzdem noch mal ja ja jawoll das ist ja 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 390 tickets oder heute hat sich das richtig mal gelohnt na egal dann lösen wir unsere tickets ein, holen wir einen kleinen coolen preis und dann verschwinden wir auch schon wieder wir haben insgesamt viel gemacht soviel jetzt auch nicht aber soviel jetzt auch nicht aber ich denke für ein kleines eine kleine schnecke warum nicht so hoffentlich hätte ich damit dieses video gefallen hat euch Leute hoffentlich sehen wir uns zum nächsten mal, wir gehen nicht mehr, haut rein, ciao Leute